Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wenig hat sich getan seit gestern. Bitcoin bei 30.000 US-Dollar, wir halten weiterhin die Range. Ich habe nochmal ein bisschen die Binance-News rausgesucht für euch, weil es ja gestern ein bisschen so Probleme gab und noch nicht wirklich viel darüber berichtet wurde, so ein bisschen. Für mich ist es immer noch ein bisschen fad. Wir haben gestern schon im Livestream darüber gesprochen. Trotzdem würde ich euch gerne die News zeigen bzw. nochmal drauf eingehen, was noch so ein bisschen ansteht und wie möglicherweise jetzt erstmal der weitere Fahrplan in den nächsten Stunden auf jeden Fall ist. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne wie immer in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Den Link ist unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin läuft natürlich die Aktion bei BingX, 100 Euro einzahlen, also wenn ihr Neukunden seid, 100 Euro einzahlen für diesen Bot-Schutz, weil wir viele Bot-Angriffe in den letzten Wochen hatten und dann kriegt ihr 30 und 20 USDT-Free-Trades for free. Also gerne anmelden, Börse testen und dann mir Bescheid geben auf jeden Fall. Gut, und damit würde ich sagen, zögern wir das Ganze jetzt mal nicht so weit raus. Bitcoin bei 30.000 USD weiterhin. Wir hatten einen, ja, relativ humanen Daily Close, also weiterhin wieder in dieser Range. Ihr seht es hier, die Range hält einfach egal wie. Wir schaffen keinen Close darunter, wir schaffen keinen Close wirklich darüber, bis auf dieses Fake-Out hier oben, was am nächsten Tag komplett wieder abverkauft wurde. Also es tut sich derzeit wenig. Jetzt habe ich ja gestern gesagt, okay, die Binance News, die dann irgendwie nicht geladen haben, machen wir ein bisschen Sorgen und CZ hat ja damals selber so ein bisschen angedeutet, if an Exchange have to move large amounts of crypto before or after they demonstrate their wallet addresses, it is a clear sign of problems, stay away, stay SAFU, wie immer. Und gestern ging dann so ein bisschen rum, ja, BNB wurden transferiert und bla bla bla, das habe ich dann auch so ein bisschen verfolgt. Ich finde aber immer noch, dass es, ja, jetzt nicht zu bearish ist, weil solche Transaktionen immer mal wieder stattgefunden haben von CZ. Es hat auch immer wieder, ja, Twitter-Posts darüber gegeben und, also viel fatt war es jetzt nicht, aber trotzdem wollte ich einfach auf diese News eben mal ganz kurz eingehen. Gestern wurden dann auch 500 Millionen im BNB verbrannt, also geburned erst einmal. Hat vielleicht auch damit ein bisschen zu tun. Also ich würde trotzdem nichts auf Binance lassen und ist einfach nur meine Meinung, lasst einfach nichts auf Binance und gut ist, ne, also ich bin da schon lange nicht mehr. Einfach generell auf jeder Crypto-Exchange lasst da einfach nicht so viel liegen, deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein. Auf jeden Fall, Bitcoin hat es wenig gejuckt. Wie gesagt, wir haben jetzt erst einmal hier so ein bisschen diesen Downtrend, zumindest die Linie erst einmal durchbrochen, höheres hoch, hatten wir noch nicht oder haben wir noch nicht. Da müssen wir erstmal die 30.063 zumindest mal kurzzeitig durchbrechen. Aber wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass so dieser Bereich 30.400 US-Dollar, das ist auf jeden Fall hier oben unser Trendwende-Bereich. Wir müssen die Marke von 30.400 US-Dollar auf jeden Fall nach oben hin durchbrechen, damit wir die 31k knacken können. Beziehungsweise, wenn wir an den 30.4 schon scheitern, ist es eindeutig ein Shotsingland. Dann gehe ich wirklich langsam davon aus, dass wir mindestens hier runter Richtung 29.200 oder 28.800 oder sogar deutlich tiefer gehen Richtung 27k. Warum? Einerseits, wir haben dieses ganze B&B Ding. Wir haben extrem bullische News. Gestern hat sich Kennedy Junior geäußert, er möchte den US-Dollar mit Bitcoin decken. Wir haben eben, wie gesagt, die BlackRock News, die ETF News, möglich ein Bein ins Pfad. Und wir haben extrem, aber wirklich extrem, meiner Meinung nach, überhitzte Märkte. Wir befinden uns jetzt langsam hier, einerseits, wenn wir jetzt mal hier auf den Dow Jones gucken, auf Daily Sicht, phänomenale Candle. Also wir sind aus unserer Range jetzt mal wirklich ausgebrochen nach oben hin mit was für einer Candle. Der DXY steht kurz vor einer Erholung. SPX komplett skyrocketing die letzten Tage. Also guckt euch das an. Wir haben unser Ziel im Endeffekt jetzt erreicht von diesem Ascending Triangle. Auch der NDX. Natürlich gestern Tesla, sehr, sehr gute Zahlen, wie ich das mitbekommen habe. Wir kommen jetzt hier in massive Widerstandsbereiche. Und das ist eben so ein Grund, wenn sich Bitcoin jetzt nicht abkoppeln würde, meiner Meinung nach. Also wenn Bitcoin jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding, kann es natürlich komplett nach oben gehen. Aber mir gefallen die Märkte generell nicht. Auch deutsche Light Index, DAX, weiß ich nicht, ist auch jetzt gerade nicht momentan so ein bisschen mein Fall. Gefällt mir charttechnisch ehrlich gesagt auch nicht so gut. Wir haben jetzt hier mittlerweile die Liquidität über dem Hoch abgegriffen. Wir haben ein höheres Hoch gebildet. Nicht wirklich drüber geschlossen, also nur die Liquidität abgegriffen. Also man muss hier extrem vorsichtig sein und kriegen jetzt eben hier den ersten Downcase. Also es spricht schon mehr mittlerweile für eine Korrektur, nicht nur an den Kryptomärkten, sondern auch an den Stockmärkten. Das würde natürlich auch die Kryptomärkte deutlich, deutlich nach unten ziehen. Weshalb ich weiterhin eher davon ausgehe, wir positionieren uns hier oben spätestens bei 31k Short, um dann eben diesen Move möglicherweise hier runter bis 27.000 Maximum, wenn wir vorher halt machen, ist mir das auch recht, Maximum mitzunehmen. Jetzt hatten wir unseren einen Long Trade offen. Wo hat man den? Wo habe ich ihn gepostet? Hier vor zwei Tagen. Der natürlich leider ausgestoppt wurde auf einen Stop-Loss Entry. Dann vielleicht war es von mir ein Fehler, den Stop-Loss gleich auf Entry dann zu setzen nach Take Profit 1. Aber so verfahre ich halt nun einmal. Für mich momentan ist es einfach ein bisschen zu riskant, jetzt hier nochmal zusätzlich eine Long, zumindest für euch alle aufzumachen. Ich habe noch einen laufen, wir haben noch die von 25k, die habe ich ja auch damals gepostet. Die ist auch noch offen. Damit warte ich aber auch derzeit noch ein bisschen mit der Verdopplung. Das heißt für mich der nächste Bereich, wie gesagt, hier oben die Ineffizienz, das Void, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, hier oben bei den 21.027. Sollten wir hier ein bisschen Struggle reinkriegen, beziehungsweise Struggle wäre jetzt nicht das Schlimmste, wenn wir dadurch ein höheres Tief bilden und dann einfach den Weg einfach so weiter nach oben hin fortsetzen. Das ist die zweite Möglichkeit. Dann können wir hier nochmal so einen kleinen Long wagen, mit aber relativ tightem Stop-Loss. Das heißt, dass wir hier ungefähr dann 29,9 oder 30k nochmal Long gehen. Aber darauf warte ich jetzt erst einmal. Wir schauen, wie die Reaktion hier oben ist, sollten wir im Laufe des Tages dazukommen. Aber wie gesagt, die Stockmärkte gefallen mir derzeit einfach überhaupt nicht. Viel, viel zu überhitzt, viel, viel zu bullish. Und so ein kleiner 10% Dump nach unten würde auch den Bitcoin-Kurs meiner Meinung nach einfach derzeit zumindest nicht schaden. Denn nur so meine Meinung, gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr momentan davon haltet. Sagt ihr, okay, nee, ist alles nicht so schlimm. Märkte steigen weiter oder seid ihr absolut langsam so dafür. Mit den ganzen zu bullischen News und sowas da rauskommt, sagt ihr, okay, Korrektur muss jetzt einfach mal sein. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier tut sich eigentlich relativ wenig. Also brauchen wir uns nicht lange dafür aushalten. Neue Range gebildet. Zumindest ähnliche Seitwärtsphase. Keine tieferen Tiefs. Wir haben hier unten die Supportzone hier erreicht. Kein tieferes Tief mehr. Keine Bullish Divergence mehr erreicht. Also auch hier, wir orientieren uns einfach nach Bitcoin. Es ist ganz klar, die Bitcoin-Dominance momentan, wenn wir uns die mal ein bisschen angucken, sinkt auch weiterhin. Hat aber auch noch nicht so ihr Tief erreicht, wo wir drüber gesprochen haben. Also das 0,5er ist eigentlich so das Ziel. Es könnte trotzdem, wie gesagt, so die nächsten Tage, wir haben ja gesagt, es kann sich auch über 1-2 Wochen ziehen mit der Bitcoin-Dominance. Das heißt, die Altcoins könnten schon noch ein bisschen besser performen. Wir sehen das auch hier am Rand eher so 2%, 3% teilweise hier im Plus. Während Bitcoin nur minimal ein Plus ist. Also momentan ist immer noch so ein bisschen Altcoin-Season. Und wir haben Ziel, einerseits hier die 49,70 bis ungefähr knapp 49%. Das ist so meine Zielmarke, bevor Bitcoin wahrscheinlich den nächsten Move einfach macht. Also einfach momentan vielleicht noch ganz gut in Altcoins, aber ich würde jetzt meinen Arsch nicht mehr lange darauf verwetten. Einfach bin ich ganz ehrlich, man sollte jetzt auch langsam bei den Altcoins ein bisschen vorsichtiger sein. Weil der Bitcoin-Move wird kommen. Die Frage ist, in welche Richtung, entweder positiv oder negativ. Und die Bitcoin-Dominance wird ihren Retest hier früher oder später vollziehen. Und ja, das hat natürlich dann noch Auswirkungen. Kann natürlich dann auch Ethereum noch deutlich, deutlich besser performen als Bitcoin. Wir sehen hier, 4% sind möglich bis zur Ineffizienz hier oben. Und das ist auch hier für mich weiterhin das Short-Classic-Szenario. Tieferes hoch, Ineffizienz gefüllt, 0,786er und dann hier ein Short reinknallen, wäre für mich immer noch die beste Option bei Ethereum. Gut, und damit würde ich sagen, war es das für das heutige Video. Später oder heute Abend dann, denke ich mal, noch Livestream, werde ich euch auf jeden Fall noch ein Update da lassen. Und ansonsten, wie immer, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen und ja, auch eure Meinung unten gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr momentan von der ganzen Situation haltet. Und das war es von mir, wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wir hören uns eventuell dann später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.